Willkommen zurück zu Metroid Samus Returns. Ich bin hier bei einem Scheißboss. Sorry, ich musste jetzt echt mal dieses Wort sagen. Denn dieser Boss, der ist sowas von ätzend. Das glaubt ihr gar nicht. Ihr habt es ja beim letzten Mal gesehen. Ach nö, es geht gleich schon wieder so los. Ich will sterben. So. Wir werden keine Freunde. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Eins, zwei, drei und hoch. Warum kann ich nicht auf beiden Seiten gleichzeitig sein, hä? Na, egal. Juhuiei, meine Lieblingsattacke. Da kann man jedenfalls immer schön Energie sammeln. So. Moment. Das ist die Attacke. Die mag ich mittlerweile auch sehr gerne. Nein! Och, komm schon. Ernsthaft? Jetzt hätte ich gerne nochmal diese Attacke nach oben. Na, egal. Egal. So. Vier, fünf. Ah, verdammt, schaffe ich nicht. Okay, gut. Da kann ich ja vielleicht Energie auftanken. Ja, machen wir es so. Okay, hier war ein bisschen Energie. Na, ein bisschen Energie war er jedenfalls dabei. Nein! Ah, warum macht er nicht die Kreiselattacke? Okay. Jetzt macht er Sinn, ne? Wow. Schönes Ding. Ich wurde schön getroffen. So. Danke. Woa. Wuhu. Komm, wir mit den Leuchtdioden. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Shit. Mama. Mama. Okay, und weg. Komm, wieder er hier. Wow. Okay. Huh. Konzentrier dich, Tro. Konzentrier dich. Okay, jetzt kommt er mit der wieder. Eins. Drei. Drei. Wuhu. Jawoll. So. So. Okay. Okay. Oh, nein. Nein. Eins. Drei. Oh, shit. Der hat gesessen. Oh, Mann. Ich bin sowas von gegrillt. Das ist so ein guter Try. Halt, ich hab noch ein Schild. Ich hab noch ein Schild. Ich hab noch ein Schild. Das sollte ich mal jetzt einsetzen. Oh. Oh, schade. Moment, da kommt er jetzt mit den Strahlen, ne? Okay, ich darf einfach keinen Schaden nehmen. Das ist echt so ein Trainingsboss. Oh, shit. Halt, stopp. Jetzt kommt er mit der Attacke. Eins. Drei. Drei. Okay, komm. Ja. Okay, komm. Und jetzt nach vorne, komm. Das gibt's nicht. Habe ich ihn jetzt? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja. Ganz locker. Flockig aus dem Handgelenk. Da ist sie endlich. Die Powerbombe. Alter Leute, wie hab ich auf dieses Item gewartet. Explosionen setzen Powerbomben enorme Hitze frei. Demöglichen das Öffnen. Gewehrtürsysteme. Legen in Morphballform mit R. Gedrückt, teilt nur Y. Okay. Will ich jetzt wirklich links lang? Und dann sterbe ich am besten noch, hä? Nein. Ich krieg was viel Besseres. Ne, ich krieg nicht wirklich was viel Besseres. Okay. Mich würde ja schon interessieren, was da oben ist, ne? Wie weit geht's denn da hoch? Dann komm ich so jetzt nicht hoch, ne? Kann ich den irgendwie noch erweitern? Nee, ne? Komm da jetzt so nicht hoch. Okay. Ihr könnt mich mal... Ich brauche nämlich volle Energie, deswegen. Wird er jetzt absichtlich da oben lang? Oh. Ach, da komm ich runter? Ah, weil ich da lang komme. Wartet. Wartet kurz. Ich will den da erst weg haben, diesen Flattermann. Ich will den erst weg haben. Und jetzt will ich erstmal einen Speicherpunkt haben. Nein. Nein, 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 nein. Nicht sterben. Warum geht denn der nicht auf? Ach so. Da ist ein Teleporter. Also, ein Transporter. Also, ihr wisst, was ich meine. Verwenden wir mal den Aufzug. Und dann suche ich jetzt einen Teleporter. Und dann bin ich mehr als happy. Because I'm happy. Okay, wo bin ich denn jetzt gelandet? Nein. Energie. Okay, ich gehe erstmal hoch. Die haben wir auch, die haben wir auch. Juhu. Ich muss hier gerade echt aufpassen, ne? Das möchte ich nochmal ganz kurz anmerken. Okay, Baby. Du wolltest es nicht anders. Was wollt ihr? Ernsthaft? Nein. Lass mich raten, hier gibt es was. Nein. Nein. Oh, shit. Oh, Mann, Mann, Mann. Wollte eigentlich einen Speicherpunkt haben. Aber egal. So, nachdem mein Akku ausgefallen ist, konnte ich jetzt bis hierhin endlich weiterspielen. Und ja, ich habe jetzt mittlerweile auch eine Idee, wie ich das hier mache. Na, komm. Oh, nein. Ach, komm, jetzt leck mich. Jetzt gehe ich hier lang, komm. Jetzt reicht es mir. Ich habe zwar eine Idee, aber es funktioniert nicht so, wie ich es möchte. Und da oben ist endlich mein gewollter Speicherpunkt. So. Nein, das ist nicht der Speicherpunkt. Punkt, Ende, aus. Dann machen wir es halt so. Na, komm. Nimm bald den da. Dann ist hier der Speicherpunkt. Oh, schadam. Da komme ich noch gar nicht lang. Wie ich da unten rankomme, ist mir zwar bewusst, aber dafür brauche ich mehr Superbombs. Powerbombs. Und die habe ich gerade irgendwie nicht so auf Lager. Aber da ist ein Speicherpunkt. Als allererste das mal speichern. Wie gesagt, mein Akku war leer. Wenn ich auf ein bisschen schimpucke, dann sehe ich das halt nicht, weil der 3DS sich schön hinter meinem Mikrofon versteckt. Und deswegen, ja, ging mal so die Hälfte verloren an Aufnahme. Danke. Nein, also verloren ging sie nicht. Ich musste halt dann schneiden. Ich hätte doch schon jetzt so gerne... So ein bisschen was hätte ich noch gefunden gern, aber... Okay, gut, da will ich nicht lang. So, und das da kriege ich wahrscheinlich nicht kaputt, weil ich dafür die Powerbomb brauche. Warte, seit wann bist du denn da? Aber okay, gut. Na, nehme ich gerne. Geht das damit kaputt? Nein, das geht damit nicht kaputt. Warum geht das nicht kaputt? Das ist ja beschiss. Das ging nicht kaputt. Stattdessen habe ich jetzt hier die letzten... äh, 3 von 4. Okay. Was kommt denn jetzt schon wieder? What the fuck? Komm, weg mit dir. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? So. Ernsthaft? Leck mich doch! What the hell is going on? Boah, hier ist ein Teleporter. Boah, wie geil. Teleporter-Station benutzt nein, noch nicht. Wir erkunden jetzt hier erstmal. Da komme ich nicht lang. Na, das ist ja was für ein Zufall. Okay. Ich habe immer noch keine Powerbomb gefunden. Hilfsweise und ersatzweise. Das heißt, also auch hier habe ich jetzt gerade ein kleines Problem. Gut, aber hier ist ein Speicherpunkt. Und dann würde ich sagen, wir erforschen hier noch einmal ganz kurz das Gebiet. So, zack. Wir wissen jetzt, was uns da erwartet. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trott Rhein. Tschüss.